Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Stuhl-Kanal. Hier und heute will ich natürlich über den Transfer von Dusan Vlachovic von Fiorentina zu Juventus Turin quatschen. Ihr wisst es, ich bin Juve-Fan, ich bin auch ganz ehrlich ein bisschen in Hype, aber wir gucken uns natürlich diesen Transfer so ein bisschen an und schauen erstmal natürlich auf den Spieler selber. Und zwar Dusan Vlachovic ist ein 22-jähriger Stürmer, ist 1,90m groß, sein starker Fuß ist der linke und Nationalität Serbe, spielt seit 2018 bei der Fiorentina, kam damals vom Partysan Belgrad für 1,95 Millionen Euro. Hat dort durchaus gut performt, wenn man uns mal die Grundstatistik anguckt, dann sieht man auch, wenn man sich die Jahre anschaut, er hat zwei Jahre Anlauf gebraucht und dann kam aber der große, große Durchbruch. Auch hier, wir werden da noch ein bisschen tiefer reingehen, aber erstmal nur die reinen Grundstatistiken, wenn man sich das anguckt, 2021 die Saison hat er 40 Spiele insgesamt für die Fiorentina gemacht, 21 Tore, zwei Vorlagen, hat eine super Saison hingelegt, wirklich, habe ich mir gerne hier und da mal angeguckt. Jeder hat über Vlachovic auch in Italien schon geredet, auch international gab es immer mehr Gerüchte, Atletico und Co. waren an ihm dran, aber er blieb erstmal bei der Fiorentina mit einem Vertrag bis 2023 und ist dann noch in diese Halbserie mit der Fiorentina gegangen und ist komplett explodiert. Er ist komplett explodiert. Ich glaube, gerade bei Atletico denkt man sich, gerade hätten wir doch diese 70 Millionen knapp bezahlt, die man damals hätte zahlen müssen. Und zwar hat er in 24 Spielen 20 Tore gemacht, vier Vorlagen, ist einfach wirklich komplett explodiert nochmal und bringt einfach als Gesamtpaket mit das Interessanteste mit, was wir im Weltfußball haben. Er ist ohne Wenn und Aber zusammen mit Mbappé und Haaland der mit Abstand so interessanteste junge Stürmer, ist wirklich ein Gesamtpaket. Und schauen wir uns jetzt mal an, was er Juve insgesamt wert war. Und zwar ist er für unglaubliche 81,6 Millionen Euro gewechselt zu Juventus Turin. 70 Millionen gehen davon direkt zu Fiorentina. 11,6 Millionen gehen an die Ausbildungsfeinde von Dusan Vlachovic. Und diese Summe kann noch um 10 Millionen erhöht werden. Das heißt, wenn gewisse Boni erreicht werden, können wir hier von einem Gesamtvolumen von über 90 Millionen Euro sprechen. Also wirklich einer der krassesten Transfers, einer der teuersten Wintertransfers aller Zeiten. Obendrein hat Vlachovic noch einen Vertrag bis 226 bekommen, also viereinhalb Jahre Vertrag. Und ein Jahresgehalt von 7 Millionen Euro netto. Das erstmal so zu den grundlegenden Daten. Aber natürlich wollen wir jetzt auch gucken, ist er dieses Geld wert? Beziehungsweise warum bezahlt Juventus Turin so viel Geld in der aktuellen Phase? Und auch hier, ich will keine großen Diskussionen über Finanzen von gewissen Klubs und bla bla bla. Das ist gerade in deutschen Foren oft so oder in der deutschen Fußballwelt. Da schaut man gerne mal auf Ostländenvereine und sagt, ah böse, 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 wenn sie mit Geld rumwerfen. Das will ich hier gar nicht aufmachen, denn mich nervt das um echt zu sein einfach nur. Aber wir gucken mal ein bisschen genauer rein an bei Dusan Vlachovic. Und hier muss man auch ganz klar sagen, das Wichtigste ist immer, wie ihr wisst, neben den Statistiken auch der EITEST. Und wenn man sich die Highlights anguckt, wenn man allgemein Fiorentina-Spiele gesehen hat, dann sieht man einfach in ihnen einen super interessanten Stimmer. Also wirklich einen super, super interessanten Stimmer. Aber ich finde auch die letzten Jahre allgemein, es gibt immer mal wieder so ein paar Spielertypen, die sehr, sehr interessant sind, aber dann oft auch den Durchbruch nicht schaffen. Ich nenne mal ein Beispiel, sogar aus der Serie, ein Manono Gabbiadini. Der war ein sehr, sehr langer Stürmer, also ist ein sehr, sehr großer Stürmer. Technisch hervorragend, super geile Schusstechnik gehabt, aber hat nie den Durchbruch geschafft. Hat niemals diesen Killer-Instinkt geschafft. Das gleiche an Alvaro Morata, der alles mitbringt, außer den Killer-Instinkt, um ein Weltklasse-Mann zu sein. Und wenn man sich Vlachovic anguckt, dann muss man ganz klar sagen, der Mann bringt auch so vieles mit. 1,90 groß, hat einfach den genauen Riecher, um in diese Schnittstellen zu laufen. Der hat eine gewisse Geschwindigkeit, der ist technisch hervorragend. Der kann auch wirklich mit dem Rücken zum Tor spielen. Den kannst du gut anspielen. Der ist technisch wirklich so ein Lewandowski-typischer Spieler, so vom Typ her, als so ein Kleinvergleich. Und der ist eben nicht, weil man vielleicht die Größe sieht, oh 1,90, der ist über 1,90 groß, wie man es stereotypisch drin hat. Oh, so ein Brecher. Nee, das ist Vlachovic überhaupt nicht. Der hat einen richtig geilen linken Schuss. Und wir gehen da jetzt natürlich auch rein erstmal in die Statistiken, die das Ganze auch untermauern. Und zwar hatte ich ja vorhin die Grundstatistiken. Aber wenn man anguckt, Vlachovic nimmt pro Spiel, also auf 90 Minuten gerechnet, 3,58 Schüsse pro Spiel. Davon gehen 1,46 aus Tor, was insgesamt 40,7% Schüsse, die er abgibt, aus Tor bedeutet. Dabei hat er einen erwarteten Torwert von 0,62 und jetzt das extrem Interessante. Tatsächlich trifft er dann aber 0,88 Mal, was extrem, extrem interessant ist, wenn man eben sieht, dass die erwarteten Tore deutlich niedriger sind als das, was dann tatsächlich bei rauskommt. Das bedeutet nämlich auch statistisch untermauert, dass Vlachovic aus Chancen, die vielleicht nicht unbedingt zu einem Tor führen müssten, viel, viel häufiger und wirklich in einer sehr hohen Rate bei ihm zum Tor führen. Das ist wirklich eine, ja, das zeichnet einfach aus, die Statistik sagt eben aus, dass er wirklich überragend einer Chanceverwertung ist, indem er eben viel, viel mehr aus den Chancen macht, als gewöhnliche Spieler oder als eigentlich drin wäre. Und das sieht man auch, wenn man sich die Highlights anguckt, denn das ist es eben, was ich immer meine, Statistiken, aber auch der EITEST. Man sieht auch wirklich, Vlachovic, der ist auch mal da in einer etwas ungünstigen Position, wo ein, zwei Gegenspieler in ihn sind, er stochert den Ball trotzdem noch rein. Er hat da vielleicht einen Gegenspieler in sich, er nimmt den Ball trotzdem, schießt ihn trotzdem ins Eck rein, macht es einfach richtig gut. Und er ist eben so ein durchsetzungsstarker Stürmer. Eben wie ich es vorhin gesagt habe, so ein Lewandowski-typischer Stabiler, der eben auch in dieser bedrängenden Situation trotzdem immer brandgefährlich ist. Wirklich in jeder brandgefährlichen Situation. Ich finde, das unterscheidet ihn zum Beispiel auch von Erling Haaland, der natürlich noch mal viel schneller ist, noch viel, viel gefährlicher ist. Aber so in diesen bedrängenden Situationen und Co., das zeichnet ja gerade so jemand wie Lewandowski als Beispiel aus. Und das sehe ich halt in Vlachovic auch extrem, dass du ihn zwar bedrängen kannst, machen kannst, was du willst, aber ein Vlachovic in Abschlussposition ist immer gefährlich. Ich nehme euch ein anderes Beispiel, ein Maury Icardi als Beispiel. Der ist jemand, den musst du wirklich zielgenau super anspielen. Dann ist er eine Killermaschine, dann macht er dir auch 25 Dreistore. Aber sobald du den in Bedrängnis bringst, ist Icardi ein toter Spieler, mehr oder weniger. Und das ist eben super interessant. Eine weitere Sache, die höchst interessant ist, und auch hier, ich weiß, das Wort gerade immer in dem Vergleich Messi gegen Ronaldo, da hat man das immer so als Witzargument genommen. Ah, Pinaldo, und der schießt ja nur so viele Elfmetertore. Aber auch das ist eine Qualität, die sehr, sehr wichtig ist. Und hier sieht man bei Vlachovic, dass er in den letzten zwei Saisons 12 Elfmeter getreten hat und davon elf verwandelt hat. Und das ist eine Fähigkeit, die musst du haben. Dieses eiskalte in dieser Situation, eins gegen eins. Jeder weiß, das kommt jetzt auf diesen einen Schuss drauf an. Und das ist auch eine Fähigkeit, die man nicht unterschätzen darf. Denn hier sieht man auch so ein bisschen diesen Killerinstink. Dieses einfach, ey, ich schalte den Kopf jetzt ab, ich knall das Ding rein und fertig. Auch hier, allgemein Standards, wenn man sich das anguckt, Vlachovic ist jetzt kein Freistoßwunder, auf gar keinen Fall. Aber er kann auch mal einen direkten Freistoß reinmachen, hat er hier und da bei der Fiorentina auch schon gemacht. Und auch das bringt natürlich diese ganze Komplettheit bei. Neben diesem ganzen technischen, neben dem Killerinstinkt, dass er bei den Standardsituationen eben auch noch eine gewisse Gefahr ausstrahlt. Ob er die bei Juve viel treten wird mit Dybala, muss man immer gucken. Aber er ist auf jeden Fall ein Mann, dem man den Freistoß ruhig mal geben kann. Auch hier wieder ein guter Vergleich zu Lehmandowski. Bestimmt auch nicht. Dieser ist kein Freistoßwunder à la Dybala, Pjanic und Co. Aber der kann das halt einfach auch mal machen. Was man ganz klar auch sagen muss, natürlich ist er mit seinen 22 Jahren noch super jung und sein Upside ist halt einfach riesig. Wenn ich mir wirklich ausmale, wo Vlachovic irgendwann mal stehen wird, da muss man sagen, dann wird das wirklich ein Stürmer der Riege, der wirklich Jahr für Jahr 30 Tore plus machen kann. Und natürlich wollen wir hier aber auch natürlich ein bisschen auf seine Schwächen eingehen. Und hier muss man ganz ehrlich sagen, wenn man versucht zu scouten und sich das anguckt, was hat denn Vlachovic für Stärken, dann ist es nicht so, dass es da eklatante Schwächen gibt. Also ich kann jetzt nicht sagen, Vlachovic ist zum Beispiel super, super schwach in Sachen Kopfbälle. Nein, er gewinnt seine Kopfballduelle. Der ist da nicht super schwach, ist aber jetzt auch kein Kopfballungeheuer. Also auch nur weil er 1,90 groß ist, bedeutet es nicht, dass er gleich ein Kopfballungeheuer ist. Aber er ist da relativ solide, wenn auch nicht seine Stärkste ist. Da kann er sich gerne noch in der Positionierung und dann auch in der Durchsetzung definitiv noch verbessern. Was aber auch oft eine Sache, was das Stellungsspiel angeht, auch eine Sache der Erfahrung ist. Das heißt auch hier, er ist gerade mal 22, das kann sich noch ändern. Die nächste Sache, die man auch sieht, er zieht zwar auch mit seinem Rechten mal Tore, aber der ist schon deutlich schwächer als der Linke. Auch hier würde ich mir wünschen, um einfach dieses Komplettpaket, was er eh schon ist, noch mehr zu kompletieren, dass er mit seinen Rechten noch gefährlicher wird, noch ein bisschen mehr Sicherheit reinkriegt und auch vielleicht noch ein bisschen mehr Druck bei dem Schuss reinkriegt. Das wäre nämlich auch noch so eine Sache und das sind eigentlich auch so diese einzigen Sachen, wo man wirklich sagen kann, Vlachovic ist so ein Komplettpaket, aber er ist in gewissen Aspekten dieser Komplettheit noch nicht so stark, wie er vielleicht noch sein kann. Eine Sache muss man aber auch ganz klar sagen, Vlachovic ist ein Spieler und hier jetzt die Bewertung des Transfers. Ich meine, ich bin im Hype, ich bin Juve-Fan und die Summe ist der Wahnsinn. Allgemein, was Juve jetzt gerade so macht, angeblich kommt noch Zakaria, das sind noch Gerüchte. Momentan bin ich natürlich super zufrieden als Juve-Fan, aber, und jetzt kommt das große, große Aber. Vlachovic kann einschlagen wie eine Granate. Ich traue ihm auch zu, in der Rückrunde weiterhin die Liga zu zerballern. Er wird bei Juve seine Chancen kriegen und Co. Aber, und das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen und auch an alle Juve-Fans, die auch im Hype sind, Vlachovic ist nicht der Problemlöser. Vlachovic ist nicht der Problemlöser von Juventus Turin. Er ist ein neuer Top-Stürmer, er passt perfekt in diese junge Riege, wenn man sich das gerade noch vorsteht. Delikt, Käser, Vlachovic. Man hat einfach drei der krassesten jungen Spieler, die Anfang 20 sind, die alle drei Weltklasspotenzial haben. Also das ist wirklich wie die nächste Juve-Generation. Eigentlich hast du da deinen Stammbaum, kann man sagen. Aber Juve ist spielerisch ziemlich bescheiden, um es ganz, ganz nett auszudrücken. Und Vlachovic ist ein Stürmer, den musst du auch im Einbindenden spielen. Und hier ist meine große Sorge. Ich habe nicht die Sorge, dass Vlachovic treffen wird. Ich habe nicht die Sorge, dass er einschlagen wird, dass er auch seine, jede Sorge seine 20 Tore plus machen wird. Die hat auch ein Ronaldo gemacht, die hat auch, also auch ein Higuain hat getroffen und Co. Aber es ist einfach so, dass trotz allem, und das muss man ganz klar sagen, trotz des Halbs und Co., er ist nicht die Problemlösung. Denn die Problemlösung bei Juventus Turin ist nach wie vor im Mittelfeld. Und auch hier muss ich eine kleine Kritik äußern, denn ich bin zwar super froh um den Transfer, aber man hat in den letzten Jahren in der Innenverteidigung scheiße viel Geld investiert. Offensiv in Käser, in Kulusevski, in eben jetzt Vlachovic, in Ronaldo, in Higuain und was auch immer. Man hat super viel Geld überall immer mal wieder investiert, aber das zentrale Mittelfeld, ich sage es euch ehrlich, so geil dieser Transfer ist, so hype ich bin, ich wünschte mir, dass die Juve-Führung im ZM auch mal so eine Art Transfer tätigt. Wenn man das im Sommer macht, wenn man das irgendwie bewerkstelligt, im Sommer mir da irgendjemanden so hinzustellen, der wirklich diese Qualität hat, wie sie ihm Käser Vlachovic dedikt und dann noch am besten halt auch in dieser Altersstruktur ist, dann bin ich wunschlos glücklich, dann gibt es keine Kritik von mir. Aber auch das löst nicht alle von Juve-Probleme, denn das ZM muss dringend verstärkt werden. Das war auf jeden Fall dazu, euer Vlachovic meldet sich ab und bye bye.